yo leute willkommen zurück bei wwe 2k 23 so wir hatten hier aufgehört leute ja hier ist jetzt exavier woods das ist glaube ich haupt story haupt quest matt riddle ist okay der ist 24 7 champion seit wann war der 24 7 champion leute wusste ich gar nicht mehr so chat gable ist hier oh man sein t-shirt ne ich hasse das wohl und kayla braxton so machen wir das hintereinander erst mal kayla braxton leute erringe einen hübschen sieg gegen die maximum mail model crew ok machen wir ja wie helfen die leute dann bekommen wir auch attributs punkte und so wie gesagt leute bei meinem letzten part habe ich das sehr geändert das mit der musik so ist das tausendmal besser dann haben wir keine probleme mit youtube so ich zeig das ok also das schauen wir uns natürlich nicht an oder ach du scheiße man zu ok so wieder gehen nicht kämpfen so ich will es mal kurz anschauen leute ganz kurz wie die aussehen ja das muss auch noch ändern ja ja ich will vorne sehen bitte ja nicht dass youtube das sperrt jetzt ne weil ich das jetzt anschaue so sehen wir aus leute das problem ist ich muss das ändern leute weil das passt gar nicht zusammen aber ihr seht das sowieso nicht von daher aber ich hoffe dass das youtube jetzt gesperrt leute dass das problem gemacht ich glaube den zu besiegen ist leicht dann könnte ich euch meinen doppelding zeigen der spiel der spiel der spiel daneben gts 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 sooo getroffen jetzt will der mich nerven okay alter meine kniescheibe habt ihr das ges ash gts so komm in die ecke Ach ja, der kämpft ja gar nicht mit, ne. Ich dachte, das ist ein Handicap-Match. Also Mansoir ist nicht so gut. Montez Ford und Angelo Dortmunds waren sogar besser. Out. Er hat mich wieder genervt, ne. Superman Punch unternehmen, ne. Das scheiße Blut. Und weg mit dir. Alter. Da, wo ich was Neues ausprobieren will, kontakt der, ne. Alter, ich wollte den gerade aufsehen. Ja, jetzt kommt's nicht das Sehen und Drücken. Boah, ich hätt schon längst gewonnen, aber jetzt fängt er an zu kontakt. Hier, Spiel. Alter. Das zweite Mal hat er gekontert, ne. Erstmal hat er mein Spiel gekontert und dann mein Dings, ähm, Superman Punch, ne. Auch daneben. So. Ein neuer Move. Alter, ein Frauen-Refree, hab ich auch noch nie gesehen, ne. Frauen-Refree-Richter. Boah, jetzt nervt der mich wieder. Alter. Was soll der Scheiß? Toll. Boah, das war knapp. Spiel. So, weg mit dir, ey. Der hat genervt. Okay. Ja. Wenn er zu haben will. Ich hab den unterschätzen, ne. Boah, jetzt nervt der mich wieder, Mann. Ey, was soll der Scheiß? Ey, voll am Nerven ist der Typ da unten, alter. Wie heißt der Nummer, Manns, äh, Maze oder so, ne. Boah, weiter. Hätt schon längst gewonnen. So, jetzt zeig ich euch mal einen neuen Finisher, Leute. Ja, toll. Wie will man wissen, der noch kommt dann? Keiner. Alter, jetzt reicht's mir, ey. Jetzt will ich euch meinen neuen Finisher eigentlich mal zeigen. Ey. Was haben wir? Wie sie mal hat der jetzt mal eine Finisher gekonnt hat? Drei Mal, ne. Ja, schmeißen, scheiß Dings. Stuhl da. So, weg mit die Rütte. Hammerhart, alter. Die ganze Zeit nur am Kante an mir. Was soll der Scheiß? Meine Fresse. Mich schon aufgeregt, Leute, ey, wirklich. Mach mich aggressiv, wirklich. So, Maximum Mame-Miscale. Oh, Mann. So, jetzt machen wir noch eine Aufgabe, Leute. Chad Gable, komm. Ratso zusammen. Otis und ich wollen einen neuen Teaching-Assistenten zur Alpha-Academie. Ich habe schon meinen Abschluss. Ich werde dich da schuscheln, weil ich seit langem ein langes Jahr gelandet habe. Ist so. Ich mache das Schuscheln hier, lustig Mann. Schusch. Schüss. Was für ein Idiot. Muss ich dann unbedingt jetzt machen? Wer ist das denn? Robin Ray. Ja, ich habe voll Bock mit Matt Riddle eigentlich was zu machen. Bro, ich habe eine Proposition für dich. Wollt ihr Titel? Mein 24-7-Titel, den ich gerade von R-Truth für deinen Intercontinental-Titel gewonnen habe? Ja, wie soll man das machen? Nein, aber ich gebe dir eine Chance auf den Titel, ja. A trade ist nicht passieren, aber ich werde dir ein Chance für einen Ereignen in ein Match. Als ich kann ein Schuss auf dein 24-7-Titel erstellen. Oh, totally. Aber wie soll ich mich attacken? Und das Katering, den Laufstück, bei meinem Scooter-Rack? Gib mir einen Hinweis hier, Bro. Ja, das ist ja richtig geil, wenn wir den Titel auch noch bekommen, ne. Da haben wir zwei Titel. Ja, ich wollte das ja auch so machen, dass wir zwei Gürtels auf einmal bekommen. Aber hat ja nicht geklappt. Die Story will das ja nicht. Und außerdem, dann ist das richtig geil, wenn das jetzt klappt. Mal schauen, Leute. Jawoll. Ach ja, ich wollte mal ein Entrance ändern, ne, Leute. Hab ich vergessen. Da kommt Matt Riddle. Da ist das Gürtel, Leute. 24-7-Titel. Die Haare, die sind schon richtig echt aus. Ja, aber der Kopf ist so richtig groß, ey. Egal, es geht direkt um den Gürtel, ey. Eigentlich hätte man gegen den gekämpft und danach eine Chance bekommen. Und der Typ sieht wirklich aus wie Angela Dawkins, ey. Oh, Mann. So. Es wird richtig geil, wenn ich den Titel jetzt abbekomme, ne. Wenn ich den bekomme, natürlich. Wie gesagt. Ja, wir können das bekommen. Geil. Also das gefällt mir jetzt, ne. Die Aufgaben. Alter. Alter. Ein Fame, also. Von dem Seil. Okay, das war dann eben. Superman. Das wollte ich gerade sagen. Super Kick war das. Oh, Mann. Oh, krass. Neue Attacken. Oh, die. Oh, die. Rittel ist bluten. Oh, zum Glück. Out. Alter, der wollte mein Arm rüsten. Super Kick. Und. Pop-Handled. Driver oder so. Spy Buster. Oh, jetzt kommt der Superman. Alter, ich wollte gerade den. Aussehen lassen. Out. Voll in die Fresse. Alter, lass mal Hände in Ruhe. Leute, mein neuer Finisher könnte ich euch immer noch zeigen, ne. Oh, oh. Das hab ich ja auch. Hallo, darf ich mal kontern? Endlich, ey. Ey, ich hab nur Probleme, ey, mit dem Finisher jetzt. Ey, ich hab nur Probleme, ey, mit dem Finisher jetzt. Na, endlich, jetzt kann ich euch mal meinen neuen Finisher zeigen. Der Editor Adjustment. Krass. Gott bläst, da neben. Stunner. Stunner. Und. BAM. Schrecklich! Jetzt habe ich die beiden Titel warm! Ja, ich hoffe, dass YouTube das nicht sperrt. So, an die Bro-Army da draußen. Bring mal einen Rückkampf in die Trends. Rückkampf, Rückkampf! Super King of Bros, du hast keinen Rückkampf verdient. Mein Baby gibt nur einen einzigen Wagen. Ah, so kann man wieder hoch. Beim letzten Mal konnte ich das ja nicht. Mit dem linken Analog-Stick geht das, Leute. So, was sagt der? Liebe zweite Chancen, okay. Und wenn ich ein Number-One-Contendo-Match organisiere, um zu sehen, wer der nächste 24-7-Titel-Kampf bekommt. Wir müssen dich also nicht aus dem Hinterhalt angreifen, während du im Klo in der Unkleide gerade groß machst. Ach du Scheiße! Nein, bitte nicht! Setzen wir einfach ein ganz normales Mädchen an. Das sind revolutionäre Gedanken. Mein Baby und ich heißen das gut. Oh Mann! Ach ja, ich wollte mal Einzug ändern, ne? Leute, ich mach das mal schnell. Oder? Ja komm, ich mach das schnell, Leute. Dann sehen wir uns gleich hier wieder. So Leute, da bin ich wieder. Geschichte vorsetzen. Machen wir weiter mit der Geschichte. Evolution. So, ein Match könnten wir noch machen. Der dauert auch eine Stunde. 10 Minuten, Mensch. Was will denn der jetzt von mir? Ach ja. Aber wenn uns jemand angreift, dann müssen wir direkt kämpfen, ne? Das ist das Problem bei diesem Champion, Leute. Mach das! Du wirst hast ihn! Uwe wurde! Piledriver! Ha ihn ein Blast! Das hat er bewegt! Aber kann er sich nicht capitalize?! Ein Knochenko-Jump! Oh, Schwantan! Ufff! Cyclone Kick! Ja, komm runter hier. Okay. Okay. Mann! Was runter mit dir? Alter! Dann nehmen wir den Stuhl. Hier. Kriegst du die Stühle. Idiot. Und ein impactvolles Display der Offensee. Wir haben da nur gesehen. Okay. Spinebuster. Hallo? Will ich runter? Ja, wir könnten hier hochklettern, ne? Wir kommen. Ich will den runter schmeißen, Leute. Wenn ich schon dabei bin. Der Bestsohn greift mich von hinten an, ne? Komm her. Alter, der Körper von mir, ne? Immer noch. Richtig breit. Und der Trottel hat einen Blazer, ne? So, jetzt schmeißen wir dich mal runter hier. Geht das nicht? Ja, jetzt hat er gekontert. Mein Gott, ey. Okay. Immer wenn ich was machen will. Kontern die. Jetzt will der das bei mir machen. Totstellenangriff, okay. Muss ich denn kauen? Dann stand das ja. Oh Gott. Jetzt noch mal. Jetzt raus mit dir dann. Geißer. Ja. Ja, ich wollte mich. Ja, das geht. So, übertreiben wir jetzt nicht. Weg mit dem. Okay. Ah, ich bin fast runtergefallen. Alter. Ja, ich kann doch nicht kontern. Hallo? So, meine Fresse. Kontern und dann kontern wieder zurück. Alter, was soll der Scheiß? Hallo, kontern. Meine Fresse. Oh oh. Was für'n Scheiß, ne, Leute? So, kann ich jetzt bitte kontern? Jetzt raus mit dir. Alter, können wir jetzt runter hier? Ja. und blicke mit dir. Oh, man hat der so lange dort? Boah, alter der Fait. 24x7 Champion, in dem 2. Titel. das haben die auch hier eingefügt so kommt jetzt der match ein match könnte ich noch hinbekommen leute so weißt du auch wirklich dass du dass du machst was durch diese 24 7 titel sache wird das ganze langsam ein bisschen chaotisch so hat mir uns das nicht vorgestellt als wir dich an bord geholt haben ich komme problemlos mit den beiden titeln klar okay wir werden es sehen so der 24 7 party bus wird immer voller oder super king of bros ron killings wwe reggie lasst uns einen viertel vorweg match bei wwe hell in a cell um den 24 7 titel kämpfen absolut endlich bekommt 24 7 mal den verdienten respekt oder definitiv der hengst ist am start auch das scheiße ja leute ich werde den part in die länge ziehen bisschen nicht mache ich den immer 30 minuten lang mal schauen mal schauen was muss der jetzt machen ich will als erstes einen pinfall und die aufgabe ich muss direkt jemanden fauern also pinnen mal schauen mal schauen also also das ist vorher ja ich habe Hä, was war das denn? Habt ihr das gesehen, Leute? Vernahmeln vor den Armen, hab ich gezeigt. Alter, immer wenn ich was zeigen will, konntest du. Aua. Ouch. Stammig. So, wir müssen den Reggie aufhalten. Dann verliert der jetzt wieder gleich. Aua, ich konnte die Kante an. Warte, es hat knapp, das ist richtig. Warte, ich denke, es hat nur noch mehr Arbeit. Ich denke, es hat nur noch mehr Arbeit. Warte, ich denke, es hat nur noch mehr Arbeit. Echt neue Moves... werden ich haben Ja, ich will von hinten drauf... wenn er mich lassen würde... Alter, lass mich mal in Ruhe... beide auf einmal... was soll das? Okay, der eine kommt mit Kendo State... also Bad Riggle... Ja, geht? Dann holst du mir auch was... Nein, bitte nicht verlieren! Alter... Und die Fatal 4-Way-Stipulation beginnt zu zeigen, dass es hier ist... Spannbuster! Aue! Aue! Der Ringrichter Moves auch Ewigkeit, ne? Superman Punch! Schade! Alter, den Kontakt! Ey, was soll das die ganze Zeit mit dem Countdown hier? Schon wieder... Ja, toll! Ich hoffe, ich verliere jetzt nicht, Leute... Ich hab einen Fincher, das ist gut... Hallo? Hallo? Ja, toll! Alter, lass mich mal in Ruhe... Ja, toll! Das ist so ein Scheiß, ey! Ich hab die Zeit für mich aus, ne? Oh, der hat mich gewettet... ist der Reggie... Und das war ein Precisely Mentored Attack... Spier... Nein, das hat er schon richtig gesehen, ey! Ich hab die Nerven alle... Nein! Alter, die Nerven alle... Ich hab die Nerven alle... Die AKKO... Alter... Da hat er aber richtig geile Kitzchen... ja jetzt konnte ich nicht kontern bis sie kommt alter ist weihnachten hallo für kontern ey voll die verarsche wirklich danke jetzt blutig ja leute das video hat sich in die länge gezogen kein problem ich warte jetzt bisschen bis einer von denen auf dem boden ist schnapp 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 ja wir haben verloren schnapp 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 Was sagen die Idioten jetzt hier? Einmeldung nach einer Eingegenden Überprüfung steht fest, dass Super King of Bros den 70 Titel auf illegale Weise gewonnen hat, weshalb er nie berechtigt war, den Titel zu gewinnen. Alle nachfolgenden Titel gewinnen werden hiermit für nicht richtig erklärt. Der Titel wird daher aberkannt. Ach du scheiße, mir bitte. Erklärst du das mir bitte? Ja, jetzt noch sowas, ne? Wir haben die ganze Zeit hier gekämpft und dann kommt so ein Scheiße. Ey, ich kann nix dafür, Pate. Das kam von ganz oben. Wrong Killings, der 24-7-Titel gehört wieder dir. Ach du scheiße. Ist das irgendein Trick? Wehe, du veräppelst mich. Du bist der Champ Champ und das heißt veräppel. veräppelt, hat der geschrieben. Oh Mann, ey. Mein Baby ist wieder da. Ach du scheiße, Mann. So, du hast durch diese ganzen 24-7-Spielchen den Rukus verloren. Das Management hat größeres mit dir vor. Behalte den Preis im Blick, den wahren Preis. Oh Mann, Leute, ey. Und sorry wegen vorher. Ja, ich dachte, ich hab den gekauert. Ne, dann hat das mich dreigezählt, hat der dann abgebrochen. Hat der geschafft, durchzukommen, ne? Ansonsten, boah, das hat mich richtig fertig gemacht, dieser Titel-Match jetzt hier. Boah, ich hab das auf jeden Fall eine Stunde hab ich das 100% gespielt, Leute. Eine Stunde. Ja, ich bin jetzt grad am Meckern, aber ich kann nicht mehr, ey. So, Story abgeschlossen. Rutschige 24. So, Leute. Wie gesagt, ich kann nicht mehr. Das war's mit dem Part. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem Spaß. Ja, ich musste jetzt reinschneiden, Leute. Sorry dafür. Ansonsten, sehen wir uns dann bei meinem nächsten Part wieder, wenn es heißt WWE 2K23. Ciao, Leute.